Erstes Battle. Anne und Jay vs. Nils und Alex. Gib ihn auf für die 4 Tänzer! Nils und Alex. Zwei Sets pro Tänzer. Bis ins Finale immer zwei Sets pro Tänzer. Der B-Boy mit dem größeren... Fängt an? Oder der was rumkriegt? So. Meine Jardens sind immer bereit. Die Jardens sind bereit? Die Jardens sind bereit? Meine Jardens sind bereit? Die Jardens sind bereit? Die Jardens sind bereit für die Top 16! Start die Bälle, bitte! B-Boy J. burentar die Dias見! Bad, dad! Oh shit! Opa! Hier kommt die Anastoff. Jo! Opa! Hier kommt die Anastoff. Klingeln 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 5 4 5 5 6 5 6 7 8 7 10 10 10 11 11 11 12 12 10 12 12 12 12 13 Das ist der letzte Tänzer, das ist der letzte Tänzer. Okay, okay, Applaus, ein großer Applaus. Genau. So, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gesagt, zwei Sets pro Tänzer. Ja, ich bin schon scheiße. Nur ein Set pro Tänzer. Ach so, ihr habt schon verloren, oder was? Ihr geht schon weg. Wir warten auf den Streit. Ja, zurück. Und der ist auch schon gegangen. Und wo willst du nicht wissen, wer gewonnen hat? Nicht? Judges' decision in 3, 2, 1. Ave und hey!